Hast du je auch nur eine Person in die Fabrik hineingehen sehen? Aber irgendjemand arbeitet doch da. Das Einzige, was diese Fabrik verlässt, sind die Süßigkeiten. Ich würde alles dafür geben, für nur einen Blick in diese fantastische Fabrik. Liebe Erdenbewohner, ich, Willy Wonka, habe beschlossen, dieses Jahr fünf Kindern zu erlauben, meine Fabrik zu besichtigen. Fünf goldene Eintrittskarten wurden in fünf gewöhnlichen Wonka-Schokoladentafeln versteckt. Wäre das nicht großartig, Charlie, eine goldene Eintrittskarte in einer Tafel Schokolade zu finden? Aber ich krieg nur eine Tafel im Jahr. Nichts ist unmöglich. Du hast Wonkas letzte goldene Eintrittskarte gefunden. Von Regisseur Tim Burton. Bitte, tretet ein! Wer sind Sie denn? Das ist Willy Wonka. Ich bin Violetta Burigard. Ist mir egal. Ich bin August durch Glücksch. Ihre Schokolade ist toll. Tja, das sehe ich. Ich bin Viruschka Salz. Daddy, ich will ein neues Pony. Du bist Mickey Schießer. Tod, Tod, Tod! Okay. Und du, du bist hier, weil du Glück hattest, nicht wahr? Willkommen in meiner Fabrik. Warner Brothers lädt sie ein, in eine völlig neue Welt. Anders als alles, was sie sich bislang vorstellen konnten. Es ist wunderschön. Dort, wo Träume Wirklichkeit sind. Seht doch, da! Das sind Oompa Loompas. Bleibt bloß weg, ihr Freaks. Ich muss sagen, es wirkte recht einstudiert. Sie sind echt merkwürdig. Willy Wonka. Auf geht's! Führt alle herum. Oh. Und fünf Kinder werden ihm auf Schritt und Tritt folgen. Ich will ein Eichhörnchen. Gehe, du fasst die Nüsse an! Warum ist hier eigentlich alles komplett sinnfrei? Aber nur eines... Süßigkeiten müssen keinen Sinn haben. Deswegen sind es Süßigkeiten. ...wird sein Herz berühren. Festhalten. Johnny Depp. Charlie und die Schokoladenfabrik. Wow!